Willkommen zurück bei GammaGon, It Takes Two mit Momo und mir. Mein Bart ist weg, aber unser Spiel... Okay, nochmal. Das ist schlimm, wenn man einen Witz oder einen Spruch zweimal bringen muss. Ja, aber hallo, ey. Konzentration. Kontenance. Willkommen zurück bei GammaGon, It Takes Two mit Momo und mir. Mein Bart ist weg, aber unser Spielspaß ist immer noch da. Wir springen direkt rein in Rosas Kinderzimmer. Ab geht's. Ja, los geht's. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben in Rosas Kinderzimmer gewütet und haben all ihre Kinderspielsachen ausprobiert. Kugellabyrinth, Murmelbahnen, Aufziehautos. Hausaufgaben haben wir gemacht. Sind hier von einem Hai gefressen worden. Ist der immer noch da? Mal gucken. Oh ja, der ist eindeutig noch da. Ja, der kommt anscheinend jedes Mal wieder. Jo. Und, ja, was hatten wir jetzt hier alles? Hier waren so viele Sachen noch, die man ausprobieren konnte. Ja, genau. Den Pool hier. Okay, ja, mach du mal. Spektakulär. Aber geil. Auf jeden Fall. Der Burger ist bouncy. Das habe ich schon gesehen. Hier ist noch ein Aufziehautos, aber das können wir nicht benutzen. Nee. Der Gießkanne kann man sich offensichtlich verfangen. Was ist das denn hier? Sollen wir stampfen, glaube ich? Oh. Boah. Ground Pound, Air Dash, Crouch. Crouch. Ist das ein Achievement gewesen bei dir? Nope. Ich kann mich währenddessen gar nicht bewegen. Oder kann ich mich generell nicht bewegen? Ah. Oh Mensch. Ah ja, jetzt geht's wieder. Ich war irgendwie hier rausgechappt oder so. Mach du mal. Ja, ich probier's mal. Nee, ich kann mich bewegen. Yay. Ich kann die sinnvollsten Aufgaben lösen. Geil. Okay, dann lass mal gucken. Also hier ist ein Ding. Trommel. Ach so. Was war das hier? Springt man höher, wenn man stampft? Ja. Woran drehst du jetzt? An der Bällezufuhr hier? Nee. Was ist das? Doch, das sind die Bälle. Ah doch. Grün. Gelb. Guck mal, da ist noch gelb. Guck mal, gelb. Gucken wir mal gelb. Ach ja, ja, ja. Ah, können wir so das Bälleband abdrehen? Aha. Ah. Ja, dann let's go, oder? Ja. Nichts übersehen. Aber ja, wir springen mal hier rüber, dass man sich festhalten kann. Hier scheinen wir irgendwas... Ich bin schon tot. Das tödliche Bälleband gestürzt. Das tödliche Bälleband gestürzt. Nice. So. Sketch. Mach dir mal was malen. Sketch, oder wie heißt das Teil? Ach, einer ist hoch und einer ist leicht links, ne? Hoch, runter, rechts, links. Ah ja. Also wenn ich rechts drehe, dann geht's runter. Shit. You just have to learn to use what you have to make something great. Ah, so'n Ding hatte ich früher auch. Ja, ich auch. Die Dinger sind irgendwie faszinierend. Aber hier was Sinnvolles draus zu kriegen, ist ja unmöglich. Ja, aber wieso? Guck mal, ist doch eindeutig. Das ist eine eindeutige Berglandschaft, ja. Mit irgendeinem Industriegebiet davor. Was kriegen wir hier noch hin? Aber man muss nur in die Richtung drücken. Hier hat die ganze gekurbelt. Deswegen war es wahrscheinlich so unkontrollierbar. Oder? Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das Ding gesteuert wird. Mach mal, mach du mal nichts. Alter, mach doch mal was. Nee, nee, nee. Nee, einfach nur in die Richtung, ja. Ja. Verrückt. Okay. Ich kann mal fast einen Rohrschacht-Test draus machen hier. Wenn es nur ein bisschen symmetrischer wäre. Na gut. Ah ja. Geh mal hin. Weg damit, Maserkunstwerk. Ja, okay. Ah. Kommen wir da her? Kommen wir Spurzäge an jeder Ecke? Nee. Nee, hier kommen wir nicht her. Hier kommen wir noch weiter. Huiiii. Minigame Bart da vorne auf uns. Ja, ich mach den. Der Kroko, Doc. Ups. Oh, dass das mal kein Kroko ist. Ich mach ein richtig Geschütz. Der frisst uns gleich auf jeden Fall. Ja, das war klar. Wie du schnell rausgibst. Oh, ein Minigame. Oh, der Schläger-Trupp. Geil. Ich tue die Schläger-Truppe. Okay. Äh, Schläger-Schwing mit Viereck. Okay. Okay. Watch out, me. I should be real good at this. I know how to bat a ball. Ha, ha, ha. Not as well as I do. Boom. You're out of here. Oh, nein. Wir müssen mehr Drehungen machen als einmal was. Anscheinend. Oh, ich bin im Timing. Ups. Hä? Der ist total verzögert. Nein. Nein. Oh, shit. Oh, Mann. Nein. Ich muss das Timing noch nicht raus. Ah, jetzt. Mann, ich bin mal zu früh. Das ist richtig. Boom. Yes. Endlich haben wir das Spiel, dass ich gewinne. Ich war nur aufgewachsen. Ja, eben. So. Aber oh, was haben wir hier noch? Hier sind Münzen. Oh, was ist denn, Baby? Ich mag dieses Level hier gerade gar nicht. Ich hoffe, man wird das nicht brauchen. Ja, bei mir ist auch ein bisschen... Na, erstmal das ganze Geld ins Sparschwein von der Rosie rein. Sparschwein, ja. Vielleicht ist es dann wieder ein bisschen glücklicher und vergießt ein paar Freudentränen. Vielleicht verwandeln die uns auch zurück. Jetzt? Daraufstammt? Zack. Okay. Das war eine Schiebung tatsächlich. Ach, geil. Die ganze harte Arbeit von uns direkt mir jetzt in den Nächsten gemacht. Was haben wir hier? Wie macht der Krankenwagen? Bäh. Hier. Little Red Riding Hood and the Big Bad Wolf. Okay. Das sieht so aus, als wären hier noch so viele Sachen versteckt. Hä, hä, hä. Ja? Hier ist wieder so ein sexy Battle Bart. Ich will da so rein, ne? Wenn man nicht immer nur explodieren will und man da rein spinnt. Er hat mir ein bisschen dann da hochgekommen. Er hat einfach hier rüber gehüpft, da wo es wenig Kissen gibt. Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Oh, hier oben ist irgendwas. Bei mir. Ja, ich komm. Warte, wir müssen nur... Da. Da. Oh, das ist die Dinger nochmal. Ja, genau. Sie sagt sogar. Kleben einfach am Rücken. Oh, ich ahne, irgendwie so Geschicklichkeit. What? Wie geil ist das denn? Okay. Achso, wir können aber nicht ewig fliegen, ne? Wir fliegen nur... Wir schweben so langsam, wie sie wurden. Verhalten wir die jetzt? Ach, scheiß. Ich hab die gelben. Die... Ne, ich hab die gelben. Du hast die blauen. Ich hab die gelben. Das gelbe Rohr und das blaue Rohr. Das sind die roten. Da vorne. Okay, wo ist es? Okay. Die haben sie. Ah ja. Hui! Nein, 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 nein. Ich glaube, wenn das doch nur mit Finch and Spinnern im echten Leben machen könnte, dann wären die Dinger viel cooler. Hier kommen wir drüber. Okay, da hinten ist das Tor aufgegangen. Ist das noch irgendwas, was wir hier verpassen? Nee, ne? Ab geht's. Wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst? Alter, es ist so geil, das sieht so gut aus. Da vorne bist du, du bist so klein, da hinten. Ah, hier kommt Luft raus. Oh, da bouncet man auch. Wie hätte das gedacht? Schade, sieht voll so aus, als wäre irgendwas versteckt. Auf jeden Fall. Wie langsam man fällt, auch ohne R2 zu drücken. Ja. Der Sound ist einfach geil. Ah, jetzt kommt hier mit Hindernissen, ich verstehe. Nein. 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 Nein, 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 ja, ja. Belohn ich gut. Das ist geil. Aber hier sieht man bestimmt auch irgendwas. Auf jeden Fall. Oh Gott. Oh, so eine Hüpfbock hätte ich gern. Groß Leiden. Das ist schon voll krass aus bei dir, ich komme da nur nicht durch hier gerade. Oha, Kamera. Okay. Der Krabbeltunnel wartet. Ah ja, okay, und hier brauche ich dich. Ah ja, okay, und hier brauche ich dich. Komm schon. Brauchen wir uns. Brauchen wir uns. Mach den Sound. Super Heldenlandung. Die voll. Okay. Spammen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kaleidoskop. Oh Gott, was für ein Level. Jetzt verstehe ich's. Oh, wow. Wow. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Ideen werden immer geiler in diesem Spiel. Was geht denn ab? Ah, oh. Du kannst da durchflutschen, ne? Oh Gott. Ah, oh ja. Jetzt hab ich's aufgemacht. Okay. Ja, wie? Mein Brain. Ah. Ah. Oh. Boah. Aua. 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 Oh. Ich bin durch. Und es wird nicht besser danach. Oh nein. Nein. Och Mann. Na ey, hier konzentrieren ey. Ich glaub ich fall jetzt. Ne. Ich fall doch nicht, bis du da bist. Wow. Ach, die ändern die sich auch. Die gell, die gerade perfekt in einer der Reihe waren bei dir. Ja. Nein. Nein. Ich guck mich hier schon mal ein bisschen im Sechseckraum um. Aha. Ja, Sechsecke treten mal wieder gerne im Verbund auf. Boah. Ja, also mit Farben und Grafik können die hier echt gut rumspielen. Ja. Okay. Mal rüber springen geht eben nicht. Achso. Ne, irgendwie nicht. Ja. Ähm. 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 Seh ich was? Können wir hier klettern? Das ist schon mal so. Nein. Ist hier irgendwo was? Wollen wir es werfen oder so? Moment, ich muss noch ein bisschen mittiger hier in meine Cam. Oh, meine Tür ist ja hinten noch voll offen. Seht ihr meine Küche? Die unaufgeräumte. So. Äh. Äh. Ich habe noch keine Idee. Aber diese Dinger da oben sehen irgendwie interessant aus, oder? Können wir da irgendwie dran? Ah, warte mal eben. Können wir irgendwie collaboraten? Wir müssen hier einen Weg machen. Ah. Ah. Wollen wir mal da stehen? Ah, okay. Wir müssen die verbinden. Alles klar, alles klar. Denke ich jetzt mal, oder? Ja. Ah. Okay, okay. Okay. Ja. Mastermind Momo. So. 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 Ja. Oh. 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 Oh, ich. Oh, ich... das war easy okay das müssen wir es anscheinend öfter machen das ist wie ein was geraucht hier vor okay hier ich habe irgendwas drehen drüber könnte man auch was drehen warte ich kann ja glaube ich drauf springen von der rampe aus drehe es mal bis zu mir noch gar nicht weiter so dann drüber zurück da kann ich auf jeden fall drauf das kann ich drehen dann kann nicht irgendwas dahin drehen wahrscheinlich muss ich erst mit drauf oder es kann gut sein ja zurückdrehen müssen unser ziel überhaupt wo wollen wir denn hin da ist noch so ein teil gelb ane du musst du dir das blaue dahin denn dass du eins höher kommst ja so und dann kann ich dir jetzt das gelbe drehen von hier aus ich komme schon auf das gelbe muss ich wahrscheinlich auch mit drauf ja das möglich ja hier oben ist noch beide drehen okay ich verstehe ist klar das heißt und gut ich drehe noch mal kann sein dass wir das lila schon so drehen müssen dass ich auf das gelbe gleich springen kann ah sehr gute idee ist möglich ja dann sag mal stopp ja kannst gucken bei mir richtung oder so geht es vielleicht auch weiß ich nicht die andere richtung ist besser weiter komme ich nicht da muss ich vielleicht erst mal eben war es doch irgendwie fast da aber weiter komme ich nicht ja ich kann ja oben das gelbe auch noch drehen dann stelle ich mal so hin okay ja dann drehe ich dir das blaue erstmal hin genau dann drehe ich dir das gelbe oben hin schaffst du das so ja genau das blaue dreht sich mal allein zurück jetzt musst du mich zum blauen drehen deswegen dreht sich das blaue wahrscheinlich zurück naja gut ah ja klar ich komme schon vorsichtig nicht sprinten ob nicht nicht schieben jemand aber es wird immer kalioskopischer okay und back to the trip oh gott sei dank hat das auch ich glaube ich werde es nicht tun oh nein eigentlich will ich es nicht tun Ah, das ist einfach. Wir müssen einfach nach der Magik-Kastel kommen. Das habe ich gebaut, übrigens. Du hast eine Magik-Kastel gebaut? Ja. Ja, du bist nicht der einzige in der Familie, die gut gebaut hat. Oh, wirklich? Ja. Ja, wirklich. Und, uh, das Ding da drüben? Das wird uns direkt da. Du bist sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir einfach vertraust? Ich versuche. Danke. Okay. Okay. Hey, hier ist ein Dorfeinwohner. Hier auch. Okay, anscheinend brauchen wir die für irgendwas, weil ich kann die mitnehmen. Ja, die können wir hier hinstellen. Was da ist? Ich weiß nicht. Hier ist schon mal Strom. Ah, hier können wir die Schienen drehen gleich für Discard. Ah, okay. Da ist noch ein Dude. Oh, hallo, Dudes. Kannst du mal anstellen? Kannst du den Charif vielleicht reindrücken? Oh. Nein, die ist schon drin. Müssen wir die vielleicht in die richtigen Positionen stellen? Was sind das denn für Typen? Das ist eine Knutschbacke. Die müssen sich küssen. Äh. Wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir den hier weg. Aber der Techniker da ist auch schon voll aus, ne? Gibt es noch andere Spots, wo wir die hinstellen können im Dorf? Ah. Ah, okay, der Techniker. Aha. Sehr gut beobachtet. Perfekt. Oh, 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 oh. Ah, genau. Hier muss nur einer rein. Jetzt können wir den Typen doch wieder nehmen, oder? Ne, kann man nicht mehr auswählen. Okay, dann lass mal suchen. Wow. War da gerade ein Flugzeug? Hier fliegen Flugzeuge. Kriegen wir bestimmt noch in die Finger. Ja, die fliegen. Doch, die fliegen. Tatsächlich. Wann da drauf? Ich versuch mal. Das sind noch ein paar Matryoshkas. Ich versuch mal. Diese Puppen-Lange. So. Mach mal auf, ne? Ha. Ja, mach mal ruhig. Man kann auf jeden Fall auf die Flugzeuge drauf. Da wurde mir gerade ein Dreieck angezeigt. Ah, ja. Da sind wir so Doppeldecker-Tänzerinnen und Tänzer. Wir können jetzt hier weiterfahren. Wo fällt uns das Ding überhaupt hin? Dieses verschlossene Teil. Brechen wir einfach durch. Wollen wir einfach noch versuchen auf die... Ja, komm. Dafür sind wir hier. Scheiße, ich hab's... Äh... Ah, ja. Äh, wir müssen noch auf der Hoche kommen. Kann man sich da dran seilen? Ja. Ja. So, ich versuch mal das Grüne zu nehmen. Da wurde's mir grad angezeigt. Ja, ich bin drauf. Ich hab ja noch ne Matryoshka-Puppe. Wow. Ähm... Ich glaub ich hab mich selbst gefangen. Ja. Pressure. Okay, also du bist schon drauf. Äh... Ich hab ja das Rote, das Rote, das Rote. Bin drauf. Äh... Rollen. Was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Haum, haum, haum. Haum, haum. Wow. Man kann aber auch nur das eine machen, ja. Warte, roll mal genau, wenn wir uns begegnen. Okay. Vielleicht passiert dann was. Ne. Hier, beim Ende. Jetzt zwei. Jetzt sind wir näher. Kein Crash. Meine Sensationsgeilheit ist nicht befriedigt. Nein, definitiv nicht. Ja, dann lass mal... Musst'n pumpen. Spam, spam, spam. Du musst spammen. Ich spamm schon. Ah ne, auch bei mir wird jetzt Y angezeigt. Das sieht nicht so aus wie der Weg zum Kastel. Ich hab dir gesagt, dass ich mir vertraut bin. Wow. Du spammst, ne? Ich spamm die ganze Zeit grad. Das stimmt. Oh. Ein Kappa. Oder ein Dino. Was ist mit dir direkt zum Kastelroute? Ich hab nicht den Dinosaur da. Oh. Whatever. Let's just find a way to clear the track. What? How? He. Einfach wieder geil. Maybe that one can help us. Yeah. He. Hey. Oh, wieder irgendein Rätsel. Hat die Cargo-Sattel an hier. Oh. Ah, guck mal. Ich kann dir den Weg machen. Mmh, wie geil. Das ist auch wieder so ein cooles, anderes Level. Kompletter Szenenwechsel. Ey, guck mal da oben. Hä. In einem Land vor unserer Zeit. Mit den Kappaköpfen. Stimmt. Oh, ich hab auch einen eigenen Dino. Ich brauch dich gar nicht mehr. Oh. Was ist das überhaupt für ein Dino? Ich weiß gar nicht. What? Das ist Level. Oh, hier musst du greifen. Ja, aber du musst noch mal machen, weil jetzt ist das auf der anderen Seite. Das Stapft. Ah ja, okay, okay, okay. So, du musst jetzt erst ziehen. Oder festhalten. Aha. Ah. Aha. Wir sind smarte Boys. So, ich kann hier wieder klopfen. Musst du schon was festhalten, eventuell? Okay. Ja, ich versuch's. Nee, komm ich nicht dran. So, und jetzt noch mal klopfen, oder? Ja. Und jetzt musst du das andere festhalten, wahrscheinlich. Also schieb das noch mal zu mir, dass ich hier drauf kann. Das geht, glaub ich, wieder zurück. Halt mal. Ah, nee. Das ist immer fest. Ja, genau. So, jetzt kannst du jetzt... Ah, nee. Nee, Moment. Warte mal. Jetzt ist es aber wahrscheinlich richtig gedreht. Äh... Stampf noch mal. Ja. So. Warte mal, ich bin hier... Ah, du kannst... Du kannst... Ich... So. Äh, jetzt mach mal. Mach mal, mach mal. Stampf mal. Weil das andere kannst du gleich auch noch mal stampfen. Geh drauf. Ah, okay. Ja, zack. Ah, entspannt. Entspannt. Jetzt kannst du mich hochziehen. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Es ist komisch, dass ich meine Kamera gar nicht drehen kann. Äh... Ähm... Moment. Das ist jetzt falsch. Dann muss ich noch mal stampfen. Ja, du... Hallo. Warte. Ah, ich kann den Kopf hoch und runter fahren. Aha. Okay, ich stampfe noch mal. So, sieht's aus. Oh. Ja, okay. Ja, ja, ja. Erst mal stampfen. Denk ich mal. Mal gucken, was passiert. Den ersten kannst du jetzt nicht mehr halten. Äh... Ja. Aber wenn ich... Moment. Das bringt nicht viel. Komm mal stampfen, aber ich guck. Ja, genau. Den muss ich wahrscheinlich erstmal... Jetzt kannst du mich aber nicht mehr hochfahren. Ja, ist ja egal. Nee, du... Ich stell den nur hier hin. Also jetzt... Mal stampfen. Ja. So. Ah, nee, warte. Stampf noch mal. Sorry, sorry, sorry. Ich hab, äh... Denkfehler gehabt, oder? Ach, nee, du kannst ja mit dem Vieh nicht springen. Moment. Lass mal kurz überlegen. Ich kann ja einen festhalten, damit er sich nicht dreht. Stampf mal. Ja, jetzt sind mich alle bei mir. Alles klar. Alles klar. Das klingt sinnvoll. Ah. Das ist super cool. Das ist ein super geiles Puzzle. Oh nein, Pterodactyl. Äh. Das ist super cool. Das ist ein super geiles Puzzle. Das ist ein super geiles Puzzle. Oh nein, Pterodactyl. Das ist super cool. Ah, boah. Äh. Okay. Äh. Ich muss an die Wand. Tja. Ah ja. Ah ja. Oh, oh, fast in die Stacheln gesprungen. Okay, hier kann ich auch durch, ja. Ist das ja eigentlich eine Aufgabe, wo wir uns gerade hätten nach Wahl aufteilen können? Also ich hätte auch den Dino nehmen können, obwohl ich das Mädelbein... Denk mal, ne? Ja, ne? Denk mal. Nee, ich glaube, du musst einfach nur gerade runter, wenn das irgendwie geht, ohne da ranzukommen. Ich gehe nicht, ich gehe runter. Oh, rausstacheln. Ja, oh, ich dachte, du musst spammen. Du merkst dich schon, eine Eingabe bevor fällt. Oh Gott, was mache ich denn? Okay, ich gehe es mal... Kann ich noch, okay, warte mal eben kurz. Ich kann mich eine ganze Weile lang festhalten. Okay, das ist nicht viel. Aber kannst du den oben lassen? Den rechten von dir aus? Nee, die gehen alle von alleine wieder runter. Okay, warte dann. Ei, ich möchte doch nur hochspringen heute. Komm dran und dich festhalten. Ich halte mich fest. Schnell, 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 schnell. Mehr geht nicht. Ja, ich hätte ja schon müssen. So, versuch mal da ganz oben. Ja, müsste aber reichen, ne? Ja. Ja, okay. Sehr gut. So, was passiert hier? Sorry, Mr. Dino. Nothing personal. Dude, maybe try a mint, okay? Just out of courtesy. All right, coming through. Famine. Spam, 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 spam. Spam. Spam, spam? I don't smell anything. Your nose has always been sensitive. Oh, yeah? Oha. Oha. Müssen wir jetzt eventually mal bremsen? Niemals. Einfach durchballern. Wer bremst, verliert. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein, Alter, die Sellerie wechselt einfach so schnell. Wenn wir weiterhin so frequent gefordert werden. Ja, also ich würde sagen, das sieht doch schon mal noch Spaß aus, aber das ist was für einen anderen Tag. Genau. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann geht's dem riesen Tintenfisch-Oktopus da hinten an den Kragen. Genau. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.